Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren EM-Morakel 2016 mit Island gegen Österreich und mit dabei ist der Schöne Abis. Und wir sind gespannt was passiert. Ähm, Ägypten ist natürlich ein würdiger Vertreter, Island. Aber Ägypten hat doch die meisten Spiele im ganz kompletten Turnier, muss man sagen. Die haben auch schon einige Spiele gewonnen, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie das schaffen. Oh, ich bin gespannt, die Österreicher, die man erwarten kann, in diesem Spiel. Oh Gott, ich bin voll eingelaufen. Wir wollten ja eigentlich... Das war wohl eigentlich schon brutal. Oh nein, da wollen wir nicht langsam. Grozovic... Uh... Ja, fast durch gewesen, der Team. Nur fast. Mann, Alter, dieser... Und da ist das Erste für Island. Ja. Island dreht auf. Ägypten ist echt ein würdiger Vertreter, obwohl sie bis 65 Punkte oder so haben. Ja, aber die haben ein paar schnellstarken Spieler vorne. Ja. Das macht diesen ganzen Verteidigern, die irgendwie da mit 30 Geschwindigkeit durch die Gegend laufen, Probleme. Das ist richtig. Aber danke, ich sei noch zu früh gesprungen. Der hüpft da irgendwie in der Gegend rum irgendwie. Na gut, den Ball bekommen und gut abgeschossen, muss man sagen. Oha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, ich glaub, die Aufladung kannst du vergessen. Jetzt kommen hier die Gärtner wieder mal. Das Fenster ist zu machen kurz. Das Fenster ist zu. Oh Gott. Jo, hallo, manche arbeiten hier gerade. Der gibt keinen Fick, der Typ. Ne. Aber ich weiß nicht, was der da macht. Hätte ich gesagt. Motor starten anscheinend. Boah. Boah. Da ist meiner falsch gelaufen, ne? Es gibt noch einen neuen Müssenen. In irgendeinen. Du hast einen Ratschuhl, du hast einen Ratschuhl, eine Wälder, eine Wälder, eine Anlage. Lauf. Lauf. Woolendier. Jetzt. Lauf. Lauf. Wo sind hier? Lauf. 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 ob keiner mit war bisschen scheiße hier bei österreich der ist durch ja das war sowas von durch das hat man direkt gesehen bei dem pass war meine auch zu langsam sie wird bei dir sind nicht mehr jetzt nicht mehr was mich bisschen genervt hat ist dass der Stürmer und wie sie nützt die Lona gemacht hat also und und zwar den Ball um die jahre anauten wird nur oder weil Leute können nicht so lange reden das weißt du ganz genau darauf setz ich nur auf und k in die Mitte damit doch nicht Joost das war gut da war die Oberbürgermeister Prozent 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 der Falle der Hauert Weg ist er Joost ist das so feierabend hier eine Verteidiger sind einfach die kann man sich verlassen Jo! Traumgartlinger. Oh, Gautier! Gautier! Innenpfosten! Abziehen! Oh, da braucht man noch mal Pfosten dazwischen. Und dann erstmal wegschubsen. Erstmal wegschubsen, den Typen. Ich muss sagen, also Österreicher sind hier heute in Gönnerlaune. Ja. Und den schweren Start hatten? Oh, Mann. Junge, Junge, Junge. Ja. Es brennt erst toll. Die Österreicher wollen die 1-1 nicht ausgehen lassen. Ich dachte, wir reingeworgen. Den dachte ich auch erst. Ach so. Die Ecken musst du doch noch kriegen. Müsst ihr den bald endlich mal reinlässt hier. Blau. Nein. Die andere Richtung. Ja. Anik. Jawohl. Also da verteidigte sowas gibt. Von der Pente. Ja. Denn dann muss man auch sagen, wurde schön weitergeleitert hier. Ja, aber. Werte verteidigen Sie nur Fußrausstellen brauchen wir dann gehabt. Zack. Martin. Okay. Das kratzt Druck hier bei mir hinten, das braucht man gar nicht. Lauf doch mal da oben, hallo? Nee, der hat einfach keinen Bock. Nö, so gar nicht. Uhu. Das wundert mich jetzt echt, wo der Gerd da ist, muss ich sagen. Die sind nämlich gestern hier gewesen und haben die ganzen Hecken geschnitten und ist daub weggemacht und jetzt kommt hier auf einer wieder an. Der hat das nicht mitbekommen oder was? Ja, der ist gestern krank gewesen. Und kommt jetzt hier alleine und denkt sich so, jo, ist irgendwie schon alles so gemacht. Boah, was? Von das jetzt, wir sollten mal reingeschmissen. Dein Typ hat mein Wecker auch. Ja, aber wieso? Ja, weil er ein fieser Typ ist. Ja, wie schnell der Kerl ist. Wie schnell der einfach ist. Die Katze nicht aufhalten. Der ist so schnell. Mit den Namen der Parteien kommt sie hinterher. Ja, ja. Und der Gugli auch halten. Ja, das heißt mal, ein Rechterflügel, da. Arne, und die Vora, und die haben beide jetzt schon vorgebracht. Das kann ich nicht mehr. Ja, das andere. Na ja, schon wieder. Boah, Alter. Da wäre ich schon wieder durch gewesen. Ja, wahrscheinlich. Der rechte Verteidiger ist eigentlich mega schnell. Echt? Ja. Ah, jetzt geht's wieder. Darf ich jetzt mal? Also. Kattlack. Naja, was hat... Ich guck mal. Arnauto & Witcher hat eine 79er Sprint geschwind. Und auch einen guten Antritt. Wie kann man das sehen? Äh, wenn du mit dem rechten Stick draufklickst. Lauf, lalalalalala, Balance, Abfang, Beweglichkeit 73, 77, Antritt, Balance. Sonst. Sportgeschwindigkeit 80. Okay, dann sollte der eigentlich schneller sein als meiner. Komm. Oh, jetzt wird der gewechselt. Ja, ein Steiler geworden. Oh. Mit einer ersten guten Aktion, ey. Und jetzt. Danach. Österreicher. Und Biss. Bei diesen... Deinen Stürmer da, den wollten sie jetzt nicht so richtig aufhalten. Oh, das ist ja... Ja, wollten sie aber aufhalten. Ja. Jo, bis jetzt zu zurück. Danke. Äh, ne. Ah, aber Absatz. Okay, hab ich jetzt nicht so richtig. Nein. Da hab ich jetzt nicht mitgerichtet, wo sie auch nicht. Der Imam. Ja. Ey, hätt's gern noch mal gesehen, ich auch. Aber das war einfach nicht so. Das müssen wir einfach so hinnehmen. Ja. Ja. Da gehört der dir. Oh. Loll, was war denn jetzt hier? Ey, du hast ja auch so geschossen dabei. Ja, aber bei mir wurde es schon abgebrochen, bevor ich überhaupt losgeschossen hab. Ey, das war gemein. Nein, nein. Alter, sind deine Typen agil auf einmal wieder. Mann. Wir haben jetzt wieder Power, die Halbzeit. Da war jetzt ne Wiederholung. Damit eh hat jemand für uns weggemacht. Ja, wo die jetzt nicht wichtig war. Oh. Die neunste bald raus. One run forest. Gibt hier noch einer? Baumgartlinger. Das war eigentlich Hand von mir. Schön, dass du das siehst, aber der Guni... äh... die macht man hier nicht echt ist es ausgestellt ich dachte kann man auch einstellen so kommen wir uns hin und einstellen das ist ein bisschen schneller ja ich merke schon er hat jetzt Red Bull getrunken es war nicht bei Red Bull in Anspruch sowas schlechtes im Kopfball also er hätte auch ein Red Bull trinken da hätte er fliegen können ich muss auch gleich mal den Stürmer tauschen halten hier Händchen oder was anscheinend und dann hat er zugedrückt deswegen wollte man noch nicht mehr alter was war denn das der ist doch durch oh gut je muss er machen das war einfach kacke von meinen Kunden da sind sie mal aufgerückt man sieht er doch nicht mehr die Isländer und der Robben der Robben muss gleich runter der Robben ist schon der Robben der Robben da würden wir gucken meine Doppel noch zu die Macht und die Arbeitsverweigerung hier hast du gesehen ja da machen halt er jetzt abseits ja weil mein eigener Typ davor gelaufen ist kann leider nicht pausieren ich nicht das war ich habe da keinen wirklich guten mehr da da jetzt Minuten ach ist ja doch gar nicht so lange aber okay 4 1 ist jetzt doch ein sicheres Polster könnte man sagen ja da weimar man und konnte es hat nicht losgekündigt das sollte nicht passieren nein Jode trifft nicht ich glaube da lag bei der auch noch auf dem Boden rum ja gib mal einen anderen Spieler was ist das für ein Quatsch Rosowitsch oh man ja ja und da war nicht viel will noch 2 da hat er aber nicht aufgepasst da sieht man nicht da gibt er nicht und dann woanders auch noch schnell noch zwei machen und richtig und die ganze Zeit müssen ach ecker was für das ding kapiere ich das manchmal nicht also sieht so aus wird zum weg könnten ohne ende und christian auch noch die ecke ja aber wahrscheinlich weil deiner irgendwie noch minimal dazwischen war die zettel meinten man ist jetzt wieder ja den habe ich jetzt auch ausgeführt es ist es gibt es ja auch Sinn ob er in der Kopfball nicht wirklich Sinn ergeben nur sie manche Haus können Sinn ergeben sie ab schwarzen was wiederholung und wenn ich kann die Schüsse Wünsche Rechte haben und tun abseits wusste ich nicht mehr das ist ja auch sofort gesagt abseits das war das jetzt Prozent er hat natürlich jetzt auch eine gute Show geboten da muss er sein n das Weg zu stellen was seid ihr denn für Pflaumen vor allem jetzt wird es noch mal knapp naja wenn es jetzt die achtzigste Minute werden werden wir nicht sagen es ist wer doch ein paar Kilometer mit der Ausdauberstelle jetzt die aber auch wichtig mann sie ist in der Verwaltung weil das macht die Dauer zu denen da das soll jetzt die Tafel Schuppe mal weg die Halt die Halt zur Seite Knapp am Ende. Move, bitch. Ist nochmal knapp geworden. Ja. Das war ein schönes Ding. Na okay, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Jo. Und haut rein. Tschüss.